ARD Text im Auftrag von Funk Das ist so eklig. Das ist wirklich, ne? Moppe klappen, Moppe klappen, Moppe klappen, Moppe klappen. Müsste eine lustige Steinigung werden. Hi, mein Name ist Peter Fram und heute gibt es mal eine Analyse zum Video Männerwelten von Joko und Klaas, weil viele von euch danach gefragt haben und das Ganze meines Erachtens ein wichtiges Thema ist. Und wir gucken uns Punkt für Punkt an, was ich als sinnvoll erachte und was ich als Quatsch ansehe oder als gefährlichen Quatsch auch teilweise ansehe. Und natürlich auch, ob das Ganze Männerbashing ist, wie einer bei mir auf Instagram hat geschrieben, dass es eine Hetze gegen Männer wäre. Das gucken wir uns auch noch an. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Das Video habe ich jetzt nur unten in der Infobox verlinkt. Guckt es euch an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und hier blende ich dann nur die Screenshots ein, aber ihr wisst ja dann, was im Video passiert ist. Also Punkt 1 ist der Titel des Ganzen und das würde ich sagen, ist der Hauptminuspunkt an dem ganzen Video, an der ganzen Aktion, dass sie das Männerwelten genannt haben. Das ist meines Erachtens im positivsten Sinne ausgedrückt sehr, sehr unglücklich gewählt. Und was vor allem noch unglücklicher ist, ist der subtile Untertitel, den sie mit reingeschustert haben. Und zwar Museum of Masculine Art. Und das ist ja praktisch die noch schlimmere Pauschalverurteilung, dass das Maskuline generell auch noch verurteilungswürdig ist. Oder dass das, was jetzt gleich noch kommt, die ganzen Vollidioten, die dann Schwanzbilder und so weiter schicken, dass das eine akkurate Beschreibung oder Repräsentation von Maskulinität wäre, was absoluter Blödsinn ist natürlich. Deshalb der Titel an sich sehr, sehr unglücklich. Da könnte ich das Argument verstehen, dass man sagt, das ist Männerbashing. Das ist eine Hetze gegen Männer oder gegen das Maskuline generell. Was allerdings in der heutigen Zeit jetzt auch nicht so verwunderlich ist oder überraschend kommt, vor allem in den Mainstream-Medien, dass Männlichkeit ordentlich unter Beschuss ist. Das ist mittlerweile schon seit Jahrzehnten so. Ja, dazu braucht man nun mal den Fernseher anzumachen. Und gleichzeitig wird natürlich auch permanent über die Medien dieses pseudo-feministische »Women are always wonderful«-Narrativ propagiert, so als gäbe es nur Männer, die einen an der Waffel haben und keine gemeingefährlichen Frauen da draußen. Also, ich weiß, dass Frauen es nicht einfach in Amerika haben, aber es ist ein bisschen politisch nicht korrekt, nur zu sein Mensch in diesem Land jetzt. Ich meine, schau mal auf die Telefonie, schau mal auf die Sitzung. Die Frau ist immer brillant und ethereal und richtig über alles. Und der Mann ist immer ein dumm, schade, Glück für ein Founder. Für eine bessere Sprache, würde ich sagen, dass die Feminine-Values sind jetzt die Values der Amerika. Sensitivität ist mehr wichtig als die Wahrheit. Gefühle sind mehr wichtig als die Fakten. Verzweiflung ist mehr wichtig als die Individualität. Und unsere ganze Gesellschaft ist basiert auf der Idee, ich würde es nennen, dass Frauen nicht nennen. Wenn du siehst, da gibt es ein Mann, der versteht, was ich sage. Das heißt, da gibt es mittlerweile seit Jahrzehnten, meiner Auffassung nach, und ich behaupte, es hat nicht viel mit Auffassung zu tun, sondern es ist so, eine deutliche Schieflage, vor allem in den Mainstream-Medien zugunsten Frauen und gegen Männer im Sinne von Männer sind Schweine und Frauen sind immer wunderbar. Und genau in diese Kerbe auf ungünstige Art und Weise haut zumindest auch der Titel dieses Videos hier schon mal wieder rein und vor allem der unsägliche Untertitel. Aber nur weil der Titel Schrott ist, heißt es ja noch lange nicht, dass die Inhalte auch Schrott sein müssen, die jetzt im Nachfolgenden noch kommen. Und wie hätte man es besser machen können? Vielleicht hätte man das Ganze Stadtmännerwelten Arschlochwelten nennen sollen, oder wenn man aber doch das Problem des Männlichen teilweise ansprechen will, was gleich noch kommt, weil Frauen zum Beispiel schicken keine Schwanzbilder überraschenderweise, deshalb das ist natürlich ein männliches Problem, dann hätte man es, wenn man auf diese männlichen Dynamiken eingehen hätte, Wollen am besten Frauenwelten nennen sollen, bin ich der Meinung. Wäre natürlich auch nicht perfekt gewesen, aber hätte ich einen besseren Titel gefunden nach dem Motto, hey, guck mal, wie es manchen Frauen in der Gesellschaft geht, was das Video ja durchaus auch aussagen will. Also mit das Wichtigste, der Titel ist schon mal Schrott, 6 plus oder 5 minus, würde ich hier sagen. Vor allem eben wieder diese Pauschalverurteilung in Sachen Maskulinität, ja, im Sinne von Toxic Masculinity, als wäre Maskulinität generell immer nur was Schlechtes. Ja, so als gäbe es gar keine positive Maskulinität, wo zum Beispiel Frauen ja natürlich durchaus auch drauf abfahren. Ja, müsste eine lustige Steinigung werden, dass ich das jetzt gesagt habe. Das ist eine Schande, das ist genau wie das Schreddern von Küken. Ja, also das war schon mal nichts, damit haben sie sich meines Erachtens keinen Gefallen getan, indem sie einfach alles unter dem Sammelbegriff Maskulinität zusammengefasst haben und über einen Kamm geschoren, geschert, geschoren, ihr wisst, was ich meine, haben. Außer natürlich, sie machen noch einen zweiten Teil, der dann Frauenwelten heißt und wo dann gebeutelte Männer über ihr Schicksal berichten, wie sie halt abgerippt wurden und finanziell ausgenommen wurden und die Kinder weggenommen und zu Unrecht der Vergewaltigung bezichtigt oder der häuslichen Gewalt bezichtigt und das komplette Leben zerstört und so weiter und so fort. Irgendwas sagt mir aber, dass das nicht passieren wird. Ihr wisst, dass es so ist. Ja, stellt euch mal vor, wenn sie das machen würden, Frauenwelten, ja, und dann die schlimmsten Eigenschaften der Frauen nennen und alles über einen Kamm scheren, ohne Differenzierung, dass es halt auch andere Vertreter der weiblichen Spezies gibt, die ganz anders drauf sind. Oder stellt euch mal die Ausstellung Islamwelten vor und dann wird nur das Terrorismus-Thema und das Frauenunterdrückungsthema, aber ohne jegliche Differenzierung gebracht und so ist es. Und da dann am besten auch mit dem Untertitel Museum of Feminine Art oder Museum of Muslim Art arbeiten. Da könnt ihr euch vorstellen, was dann los wäre und ich behaupte auch, dass Joko und Klaas dann ihren Job los wären. Und bei dem Männerthema hier passiert aber natürlich nichts, weil es sind ja nur Männer. Von daher würde ich sagen, der Part grenzt schon an Männerbashing beziehungsweise reizt sich in die Jahrzehnte des Männerbashings ein. Und ist es jetzt eine Hetze gegen Männer? Ja, in Ansätzen würde ich sagen, ja, vom Titel her. Und dann kommen wir mal zum zweiten Punkt, und zwar zur Aufmachung. Ja, in diesem dunklen Verlies- und Folterkeller und dann auch noch die dramatische Musik dazu. Das war meines Erachtens viel zu übertrieben und viel zu reißerisch. Obwohl da natürlich teilweise auch was dran ist, denn Männer, die sich so verhalten, wie es teilweise im Video beschrieben wird, das sind halt oft auch eher nicht die Typen, die jetzt das geilste Leben haben, sondern da sind natürlich teilweise schon durchaus dunkle Abgründe am Start. Und dann ist das erste Segment, beziehungsweise das erste Element im Video, sind die Schwanzbilder, beziehungsweise das erste Schwanzbild von dieser Rothagen. Und das fand ich beim ersten Mal gucken ganz witzig, weil ich im ersten Moment dachte, ah, okay, das ist ein bisschen witzig gemacht, so ein bisschen auf Satire. Ja, fand ich erst ganz gut, fand ich ganz witzig, weil es halt einfach super lächerlich ist, Schwanzbilder zu schicken. Ja, ich sage immer, wer Schwanzbilder schickt, der müsste eigentlich danach zur Strafe noch das Ergebnis seines IQ-Tests hinterher schicken. Und da ist jetzt aber die Frage, sind Schwanzbilder oder Dickpics, wie es auf Neudeutsch genannt wird, ist das jetzt ein Riesenproblem gesellschaftlich? Naja, so halb, nicht wirklich, behaupte ich. Ja, ich sage, das ist eher ein Problem für Männer, weil diese Vollidioten, die sowas machen, ja, damit die restlichen Männer, die sowas nie machen würden, vollkommen ins Lächerliche ziehen. Naja, einfach mega unnötig, wo ich dann auch sage, Jungs, lasst diese Scheiße sein. Denn die völlig normalen Typen, die sowas natürlich komplett verurteilen und nie auf den Trichter kommen würden, so einen Schwachsinn zu verzapfen, die müssen das teilweise ausbaden, indem sie halt die Zickigkeit und das teilweise auch zu Recht vorhandene Misstrauen der Frauen abbekommen. Weil auch der vernünftigste Typ könnte sich ja im nächsten Moment als einer von diesen Vollidioten herausstellen. Deshalb, nicht in meinem Namen, nicht mit mir, nicht mit dem Commander, lasst diese Scheiße und sucht euch vielleicht stattdessen mal ein vernünftiges Hobby. Von daher fand ich das Segment im Video einigermaßen in Ordnung und ganz gut, wo ich sage, ja, kann man durchaus mal anprangern, absolute Vollidioten, lass den Quatsch. Aber sehe ich jetzt natürlich nicht als Nummer 1 Problem in Deutschland, was unbedingt direkt angegangen werden müsste. Und was ich auch nicht so gut fand an dem ganzen Ding, ist, dass wieder so dargestellt wurde, als wenn jetzt jede Frau jeden Tag 5 Schwanzbilder bekommen würde, was absoluter Quatsch ist. Es gibt auch Frauen, die bekommen nie Schwanzbilder. Was natürlich die real verschickten Schwanzbilder nicht besser macht, ist ja auch klar. Aber das wurde halt auch ein bisschen übertrieben dargestellt, beziehungsweise nicht dazu gesagt, dass es halt auch Frauen gibt, die überhaupt keine Schwanzbilder natürlich bekommen. Und wenn, dann nur in absoluten Ausnahmefällen und von absoluten Idioten. Und außerdem ist es ja wohl, wie im Video genannt, sogar strafbar. Wusste ich persönlich nicht. Von daher kann man theoretisch als Frau da sogar rechtliche Schritte einleiten. Aber wer macht das denn? Ja, ich kriege zum Beispiel ab und zu mal Morddrohungen oder schlimme Kommentare, weil ich auch teilweise schon islamkritische Videos gemacht habe. Und das dürfte meines Erachtens auch illegal sein. Aber ich kann ja jetzt nicht jedes Mal, wenn ich eine Hate-Mail bekomme, die sehr, sehr grenzwertig ist, zur Polizei rennen und sagen, bitte jetzt hier nachverfolgen. Weil das meistens sowieso nur irgendwelche pubertären Vollidioten sind. Genauso wie es hier bei diesem Schwanzbild-Thema wahrscheinlich auch sein wird. Ja, werden die Frauen also wahrscheinlich nicht machen, da massenweise Dickpics jetzt anzeigen. Aber eigentlich fände ich es ganz gut, weil dann die Affen eben den Quatsch vielleicht auch mal sein lassen würden. Denn teilweise lernst du ja nur durch Schmerz. Dann gibt es noch eine kleine Sonderdynamik zu dem Thema Schwanzbilder, die jetzt der einen oder anderen Frau so gar nicht gefallen wird. Trigger Warning, Achtung. Und zwar gibt es auch Frauen, die damit angeben, ja, guck mal, was ich hier wieder Schwanzbilder bekommen, unmöglich. Guck mal, ich, ich, ich hier, wie begehrt ich bin. Und praktisch dieses Macht- und Kontrollegefühl, was sie dadurch durch die Blume bekommen, durchaus auch genießen und auch ein bisschen drauf abfahren. Jetzt nicht auf die Schwanzbilder an sich natürlich. Die Typen werden trotzdem als absolute Vollidioten und auch zu Recht wahrgenommen. Aber es wird sich halt durchaus oft im Gewand des Jammerns so ein bisschen drüber profiliert, was ich denn heute schon wieder Opfer bin, weil ich ja heute wieder fünf Schwanzbilder geschickt bekomme. Und die nächste sagt danach, das ist ja noch gar nichts. Ich habe heute sieben bekommen. Und die nächste sagt, ja, und ich noch mehr. Und nachgepfiffen haben sie mir heute wieder auf der Straße. Ist mir richtig auf den Senkel gegangen. Und ja, geht den Frauen auch auf den Senkel, aber trotzdem nutzen sie das teilweise für die Anerkennung beziehungsweise sich unter den Frauen untereinander aufzuspielen, wer denn die begehrtere ist. Ja, so wie es die Männer eher beim Fußball und beim Sport austragen oder sich früher einfach die rüber eingeschlagen haben, so machen es Frauen halt so ein bisschen mit der subtilen Säugetier-Manipulation. Im Sinne von, ja, guck doch mal, wie viele Volltrottel mir hinterher sabbern. Bestimmt nochmal mehr als dir. Ja, ist eine Randdynamik, komme ich auch in die Feministinnenhölle natürlich für, für den Part hier, aber so ist es halt. So ähnlich wie auf Social Media halt die Likes auch nicht respektiert werden, ja, und die sabbernden Kommentierer auch null Respekt bekommen. Natürlich eine begehrte Frau auf Social Media würde jetzt nie mit einem dieser Sabberlappen-Kommentierer was anfangen. Aber wenn diese Anerkennung von den ganzen Sabberlappen auf einmal wegfallen würde, dann wäre es ein bisschen merkwürdig für viele Frauen, die es halt gewohnt sind, permanent Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das habe ich durchaus schon oft erlebt, dass sich halt Frauen über dieses Drama auch so ein bisschen definieren. Ja, einerseits, ja, guck mal, was ich hier begehrt bin, wie viele Spacken mir hinterher sabbern. Und eben teilweise auch über die Opferrolle, so nach dem Motto, guck mal, was ich hier ein armes Opfer bin, was mir hier dauernd passiert. Und über solche Storys oder solche Opfer-Storys, auch teilweise, kann man natürlich auch einiges an Aufmerksamkeit generieren, was einem sonst angeblich intern fehlt. Ja, weil viele attraktive Frauen auch einfach süchtig nach Anerkennung und Aufmerksamkeit sind, weil sie es halt gewohnt sind, das immer im Außen zu bekommen. Und deshalb haben sie halt oft nicht gelernt, sich Anerkennung und Aufmerksamkeit selbst zu geben. Und deshalb wird dieses ungesunde Muster ganz häufig kultiviert, sodass die Anerkennung und Aufmerksamkeit weiter künstlich von außen bezogen wird. Ja, kleiner Einschub, für den ich wahrscheinlich auf jeden Fall in die Hölle kommen werde. Dann kommt der nächste Part, und zwar muss ich lachen, wie die Moderatorin oder die Chefin im Video sagt. Ja, jetzt wird bestimmt wieder diskutiert, wie bumsbar Palina in ihrem Outfit aussah. Ja, muss ich lachen. Und auch, dass die Erzählerin mal entspannter wäre, wenn sie mal einen Mann abbekommen würde. Und da hat sie nicht ganz Unrecht, das waren beides witzigerweise auch Elemente bei mir. Einerseits habe ich gedacht, ja, diese Palina, oder wie sie heißt, die Rothaarige, sieht gut aus, oder bumsbar, wie jetzt die Erzählerin das genannt hat, wenn man es denn unbedingt so nennen will. Und ja, die Erzählerin sieht auch für mich so ein bisschen streng aus, ein bisschen stock im Hintern aus, wie die klassische Feministin. Weiß ich aber natürlich nicht, ich habe die Frau noch nie gesehen. Teilweise hat sie einen ganz witzigen Humor, wie sie halt dieses bumsbar auch sagt, wo ich dann gedacht habe, naja, vielleicht ist sie doch ganz locker die Frau. Und ja, natürlich denkst du als Mann im Schnitt durchaus in diesen Kategorien. Sie ist halt eine neue Frau. Du denkst ja, wie attraktiv ist sie jetzt? Ist sie jetzt sexy oder nicht sexy? Und sexy heißt natürlich automatisch auch bumsbar, wenn man es so nennen will. Und ja, wenn sie halt ein bisschen streng und verkrampft wirkt und wie so eine klassische Klischee-Feministin, dann hat man natürlich schnell mal im Kopf, wie Stromberg das so schön sagt, ja, über die Betriebsratszahnten, wie gesagt, dieser ganze ungefickte Haufen. Ja, und kann man das jetzt groß sexistisch nennen, was ich jetzt gesagt habe? Ja, kann man durchaus machen, aber natürlich läuft es intern so ab bei Männern. Genau wie es halt bei Frauen so abläuft, wenn die einen neuen Typen kennenlernen. Der wird ja auch bewertet. Ist das jetzt Boyfriend-Material oder nicht? Ist es ein interessanter Mann? Ist es ein wertloser Mann? Ist es ein wertvoller Mann? Ja, da geht es dann natürlich auch teilweise drum. Ist der bumsbar oder nicht? Ja, da geht es genauso drum. Aber bei Männern spielt ja noch mehr dieses Erfolgsding und ist er halt Boyfriend-Unversorger-Material, spielt das auch noch mit rein. Das ist er! Das ist der Mann fürs Leben! Ja, ja. Aber das ist ja ein Unterschied, ob das Ganze einfach nur intern abläuft und ich dann die Klappe halte und halt einfach diesen Säugetier-Mechanismus intern über mich ergehen lasse oder ob ich den zu Papier bringe beziehungsweise zu Internet bringe in diesem Fall und den Quatsch, den ich da denke oder den negativen Quatsch im schlimmsten Fall auch, den ich da denke, auch noch in die Kommentare reinschreibe und damit irgendwelche Leute beleidigen. Ja, das kann man jetzt natürlich groß sexistisch nennen, was die Frauen dann mit den Männern machen und die Männer mit den Frauen machen, aber so ist es halt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber es ist so, wie es ist. Man kann nicht anders. Das Tier steckt die Männer und das ist natürlich auch das Wackenzeichen. Ja, das ist die menschliche Säugetier-Natur, so sinnvoll halt. Und natürlich guckt man sich die Leute an und bewertet dann auch. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich das einfach intern mache und dann vielleicht, wenn ich was Positives denke, den Kommentar reinschreibe, ja, im positiven Sinne und sage, hey, diese Rothaarige da, die Paulina, sieht aber gut aus, sieht aber sexy aus, Outfit sieht aber gut aus, steht ihr gut. Tolle Frau, das kann man durchaus mal reinschreiben, finde ich. Auch wenn das natürlich kollektiv dann wieder ins Sabberlappen-Metier reingehört. Ja, so was Positives kann man durchaus mal reinschreiben, ohne in die Hölle zu kommen. Meines Erachtens her, es ist nichts Verkehrtes, wenn man eine geile Frau mal geil findet. Aber man muss halt ein bisschen auf die Wortwahl, auf den Tonfall achten. Ja, du kannst halt nicht reinschreiben, ja, die ist aber boomsbar oder da würde ich gerne mal drüber rutschen und bla bla bla, was gleich noch alles kommt. Ja, und die Kommentare gehen mir auch tierisch auf die Eier online. Ja, das sind absolute Kinderkommentare und sowas kann man halt nicht reinschreiben und das wird vom Video auch zu Recht angeprangert und das fand ich eine Stärke des Videos, dass diese Vollidioten-Kommentare durchaus mal gezeigt werden. Deshalb, wenn ihr jemanden boomsbar oder so gar nicht boomsbar findet, dann lasst diesen Part auf der Ebene weg und schreibt einfach entweder was Nettes oder wenn ihr nichts Nettes zu schreiben habt, dann lasst es halt einfach. Ja, denn die Leute lesen ja ihre eigenen Kommentare teilweise und das ist nicht immer ohne, wenn man nicht wirklich gefestigt ist. Und ja, natürlich gibt es völlig talentlose Männer und Frauen, die nur im Fernsehen sind, weil sie eben optisch boomsbar sind. Ja, und ansonsten keine wirklichen Qualitäten aufweisen können. Natürlich gibt es das. Aber es weiß ja auch jeder und man muss es nicht immer noch dauernd dazuschreiben und dann mit der ätzenden Wortwahl und so weiter. Es ist halt schon verletzend und man muss es nicht übertreiben. Aber das, was ich jetzt hier so vernünftig sage, ja, bei denen, die es eigentlich hören müssten, da kommt es nicht an und bei denen, die es hören, bei denen es ankommt, für die ist es nicht nötig, weil die sowieso nie sowas reinschreiben will. Aber ihr habt ja nach meiner Meinung zu dem Video gefragt und natürlich bekommt ihr die dann auch. So, und das bringt uns dann zum nächsten Part, den ich jetzt teilweise schon angesprochen habe und zwar die ganzen ätzenden und beleidigenden Kommentare von irgendwelchen Spacken zu den drei oder vier Ladies, die dann kommen. Und klar, absolut keine Frage, diese Kommentare sind alle unterste Schublade unter aller Sau und gehen auch überhaupt nicht und meines Erachtens auch ein echtes Problem. Das, so beobachte ich das, zumindest auch durchaus schlimmer wird. So die Verrohung im Internet, ja, das immer weniger filtert, da zu sein scheint und gar kein Gedanke mehr, wie, ja, die Person könnte das vielleicht lesen und sich beleidigt fühlen oder sich beschissen fühlen aufgrund dessen und sie einfach mega schlechte Gefühle haben. Und was soll denn sowas? Sowas ist einfach asozial, den Leuten geht es so schlecht, ja, die haben so ein beschissenes eigenes Leben, dass sie dann den Schmerz, den sie in sich haben, halt nach außen projizieren und wollen, ja, wenn ich schon leide, wenn ich schon eine Säule aus Schmerz bin, dann soll bitte kein anderer davon kommen und bitte auch leiden. Was menschlich aber komplett bescheuert ist natürlich, weil so funktioniert das Ganze nicht. Ja, also den Part oder diesen Teilaspekt des Videos fand ich durchaus gut und vor allem, das ist ja mal ein echtes Problem. Es ist jetzt nicht das Hauptproblem des Jahrhunderts, aber es ist durchaus ein echtes Problem, was ich auch als Problem sehe und wahrnehme und das unterscheidet dieses Video ja schon von vielen anderen feministischen Videos, ja, wo es einfach nur um Blödsinn geht, um Mansplaining und Gender Pay Gap, der nicht existiert und der ganze erfundene Feminismus Bullshit, was überhaupt kein Problem ist, wie in dem einen Video zum Beispiel die Oma sich aufgeregt hat, dass sie jetzt Kunde statt Kundin auf dem Formular genannt wird, was absolut völlig scheißegal ist, was gar kein Element sein sollte in einem Erwachsenenleben. Ja, oder dass die Sturmtiefs dann halt Frauennamen haben und die hochsamen Männernamen, absolut völlig scheißegal. Deshalb, da ist das Video hier schon durchaus einen Schritt weiter und spricht reelle Probleme an. Dann werden noch ein paar Zahlen behauptet und zwar 16 von 100 Kommentaren bei weiblichen Influencern sind sexistisch und andersrum wäre es null. Das heißt, die Frauen kommentieren null sexistische Sachen bei den männlichen Influencern. Das ist erstens nicht nachprüfbar und zweitens natürlich völliger Quatsch. Wer definiert denn jetzt Sexismus? Wenn er dann eine Feministin ranlässt, ja natürlich wird da dieser Murks rauskommen, 16 zu 0. Insgesamt würde ich das schon unterstreichen, ohne jetzt konkrete Zahlen zu haben, aber kann ich mir schon vorstellen, dass Männer da durchaus sehr viel schlimmer sind als Frauen. Deshalb da auch ohne mich in Sachen Kommentaren, aber natürlich sind diese Zahlen hier wahrscheinlich absolut aus der Luft gegriffen und Käse. Dann kommen die Chatverläufe der außergewöhnlichen Gentleman, da musste ich erstmal lachen, wie das geflüstert wird mit dieser Filmtitel-Einblendung her, fand ich lustig und die Filmmusik noch dazu. Dann die Chatverläufe mit dieser Colleen Fernandes Dingenskirchens schieß mich tot. Natürlich wieder absolut unterirdisch, ja, wie schon mal gesagt, lass diese Scheiße, ja nicht in meinem Namen, jetzt zieht das männliche Geschlecht damit in den Dreck. Völlig harmlose und nette Typen abends in der Bar kriegen teilweise ganz schön Zickigkeit ab wegen euch Vollidioten. Weil natürlich musst du dich als Frau ein bisschen schützen, weil der nächste Typ, so nett wie er tut, kann ja fünf Minuten später der absolute Vollidiot sein. Und dann macht das Video einen Schwenk rüber zum Thema sexuelle Belästigung und Vergewaltigung und das finde ich immer gefährlich, das ist ein Schwachpunkt des Videos meines Erachtens, das sollte man nicht in einen Topf werfen, wird aber ständig in einen Topf geworfen, auch in diesem Video hier wieder und das war vor allem auch eine meiner Hauptkritiken bei der MeToo-Kampagne. Generell fand ich das ganz okay, MeToo, die Frauen sollen sich wehren und diese Schweine wie Harvey Weinstein sollen nicht durchkommen mit diesem ganzen Mist. Aber wie das immer so ist, wurde dann die Opfer-Olympiade draus gemacht und dann hieß es, ja mir hat auch einer vor 25 Jahren auf die Brüste geguckt, die ich da halb raushängen hatte und ja Schätzelein, oh Mensch, da bist du ja Opfer gewesen und fühl dich doch mal rein in die Opferrolle und merkst du nicht, wie opfermäßig du gerade drauf bist. Ja, merkst du das denn nicht? Du bist Opfer. Du bist Opfer und so weiter und so weiter. Ja, dann wurde auf einmal alles unter Missbrauch und sexueller Belästigung und was weiß ich was einkategorisiert, was teilweise da gar nichts mit zu tun hat. Ja, da gibt es ja Abstufungen. Es ist halt was anderes, ob dir jetzt ein Typ auf die Brüste guckt, die du halb raushängen hast oder ob er dich irgendwo dumm anmacht oder ob es eine schlechte Anmache war, ob es wirklich eine sexistische Anmache war, ob es eine sexuelle Beleidigung, eine sexuelle Belästigung war, ob es ein Angrabscher war oder ob es eine Vergewaltigung war. Das sind völlig andere Fälle natürlich und das kann man nicht alles unter einen Hut packen. Und das wird aber ständig gemacht und auch hier in dem Video und das finde ich einen klaren Schwachpunkt, weil dann wird halt gesagt, ja hier so ein Schwanzbild zu schicken ist praktisch verwandt oder ähnlich oder gleich wie eine Vergewaltigung. Und so sind ja halt Männer, so ist das Maskulin. Es werden Schwanzbilder geschickt und es wird vergewaltigt, was halt nichts miteinander zu tun hat beziehungsweise nichts miteinander zu tun haben muss. Und eine Lady bei mir im Next Level Forum hat auch geschrieben, dass es so rüberkommt, als wäre zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht mit Ficken, als wäre das gleichzusetzen mit einer Vergewaltigung im Park oder einem Schwanzbild auf Tinder. Und das ist dann aber wieder das gleiche wie eine Belästigung von drei Typen gleichzeitig im Aufzug und so weiter. Und man kann das halt nicht alles in einen Topf schmeißen und jetzt sexuelle Belästigung und Missbrauch und Vergewaltigung und was weiß ich was nennen, weil diese inflationäre Verwendung dieser Begriffe wie Opfer und Gewalt und Missbrauch und sexuelle Belästigung und Vergewaltigung natürlich komplett den wirklichen Straftatbestand einer Vergewaltigung oder eines Missbrauchs aufhebt oder aufweicht. Ja, so ähnlich wie das mittlerweile mit dem Begriff Nazi und Rechts ist, das ist höchst gefährlich, jetzt jeden Affen Nazi zu nennen, der nicht komplett linksradikal ist oder der irgendwie die Flüchtlingskrise neutral hinterfragt und so weiter. Das sind jetzt alles Rechte und Nazis. Das ist brandgefährlich, weil dann wirkliche Rechtsradikale und Nazis einfach so durchkommen, weil sie gar nicht mehr erkannt werden, weil irgendwann gar keiner mehr diese Begriffe ernst nehmen kann. Das hängt den Leuten dann schon zu den Ohren raus. Ja, wenn jetzt jeder Nazi ist, dann ist halt irgendwann keiner mehr Nazi und das ist gefährlich. Ja, ich erinnere da immer gerne an Sarah Wagenknecht, die dann teilweise von der eigenen Partei als Nazi und rechts bezeichnet wurde, weil sie halt in der Flüchtlingskrise teilweise rationale Aussagen getätigt hat, wie man müsste vielleicht an der Grenze mal die Pässe kontrollieren. Und meines Erachtens hat dieses Video genau diese Falle beziehungsweise bedient diese problematische Dynamik. Denn was dadurch passiert, ist, dass echte Rassisten und echte Frauenfeinde und Vergewaltiger durch diesen Unsinn geschützt, praktisch geschützt werden, weil eben irgendwann keiner mehr die Worte Gewalt und sexuelle Gewalt und Rassismus und so weiter ernst nehmen kann, weil es eben mittlerweile völlig inflationär bei fast jedem Mist gebraucht wird. Und viele sagen dann, ja, das eine kann ja zum anderen führen. Jemand, der ein Transbild schickt, ist natürlich eher auch ein Vergewaltiger und ja, das kann natürlich so sein, aber nur weil es so sein kann, ist es ja noch nicht so. Du kannst es nicht einfach so sagen. Ja, aus A folgt nicht unweigerlich B und deshalb kann man diesen Schluss auch nicht ziehen, dass A gleich B wäre. Denn ein dummer und sexistischer Spruch an der Ampel ist einfach was anderes als ein Angrabscher am Bein und das ist wieder was anderes als hart angegrabscht und bedrängt zu werden, am besten noch von mehreren und das ist wieder was ganz anderes als vergewaltigt zu werden. Ja, da müsste man meines Erachtens sehr, sehr viel vorsichtiger formulieren oder in so einem Video hier zumindest nochmal deutlich dazu sagen, dass man das natürlich nicht alles zusammenpacken kann und in einem Atemzug nennen kann, weil das wie gesagt gerade bei jungen, naiven Frauen diese Opferrolle, diese Opferidentität und dieses Opferbewusstsein auch noch stärkt und genau das brauchen junge Frauen aber nicht. Die sollen nicht in die Opferrolle gedrängt werden, weil das ein Zeichen von Schwäche ist, sondern die sollen gestärkt werden und sich eben nicht direkt als Opfer von sexueller Gewalt sehen, nur weil ein Typ halt eine ungeschickte SMS oder oft eine asoziale SMS geschrieben hat. Und bei der MeToo-Kampagne war das ja auch so, dass ich das größtenteils als Schlag ins Gesicht von vergewaltigten Frauen gesehen habe, von wirklichen Missbrauchsopfern, dass dann auf einmal ein Blick auf die halbraushängenden Brüste vor 25 Jahren in die gleiche Kategorie geschoben wurden. Ja, so läuft das ja nicht, da würde ich stinkig werden als Opfer von wirklicher sexueller Gewalt, aber so ist es halt teilweise, Frauen haben so den Drang dazu, teilweise lieben sie halt diese Opfer-Olympiade. Ja, guck mal hier, wie schlimm ich Opfer bin und die Nächste sagt, ja, aber ich noch viel schlimmer und die Dritte noch viel schlimmer, was mir letzte Woche passiert ist und bla bla bla. Und dann kam der Nächste und ich glaube auch letzte Part und zwar, was hattest du an, als du vergewaltigt wurdest? Und an sich fand ich den Part okay und generell habe ich kein Problem damit, auf das Thema aufmerksam zu machen, weil es halt ein wichtiges Thema ist, ein bitteres Thema auch, was eigentlich unfassbar ist, dass es das im 21. Jahrhundert noch gibt. Aber das menschliche Säugetier im unentwickelten Zustand ist nichts Schönes, so ist es einfach. Von daher ist das ein Thema, was man durchaus meines Erachtens immer wieder ansprechen kann und auch muss. Aber halt zusammenfassend unter das Maskuline ist es natürlich unter à la canon. Das habe ich ja schon erklärt, dass das an Männerhetzer beziehungsweise Männerbashing grenzt. Und generell zu dem Thema Klamotten in Kombination mit sexuellen Übergriffen. Natürlich ist es so, dass Männer sich schlechter beherrschen können, wenn die Frau halt aufreizender rumläuft. Aber natürlich kann man so nicht argumentieren, wir sind ja nicht im Mittelalter, du schnappst dir die Frau einfach, wenn du Bock drauf hast. So läuft das halt nicht. Deshalb kann man natürlich den Frauen auch nicht die Schuld für irgendwas geben. Das heißt, selbst wenn die Frau jetzt splitterfasernackt oder halbnackt irgendwo auftaucht und wer weiß, wie scharf aussieht, da kannst du dann natürlich nicht einfach dranpacken, ohne vielleicht mal vorher zu fragen, ob die denn Bock hat, dran gepackt zu werden. Was aber natürlich klar ist und da erlebe ich oft so eine Doppelmoral bei den Frauen, ist ja, ich will aber so sexy auftauchen, wie ich will. Ich mache das hier nur für mich und möchte bitte gar keine Aufmerksamkeit dafür. Ja, ich lasse die Brüste raushängen, aber mir darf dann keiner da drauf gucken. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Naja, ist doch logisch. Wenn du aufreizend auftauchst, dann sendest du halt sexuelle Signale, ob du jetzt willst oder nicht, ob du willst, dass sie ankommen oder nicht, du sendest sie trotzdem. Und dann überrascht zu sein, dass Typen auch hinglotzen und drauf reagieren und einen öfter anquatschen und auch flachlegen wollen, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber natürlich kannst du dann, wie gesagt, logischerweise als Mann nicht einfach hingehen und dir die Frau schnappen und über die Schulter werfen und los geht's. Sondern vielleicht musst du halt vorher auch noch mal ein bisschen charmant quatschen und vielleicht auch mal die Frau mit einbeziehen in die Entscheidung, ob da jetzt was läuft. Vielleicht mal nachfragen, ob die Frau denn überhaupt Bock dazu hat. Echt? Hab ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich bin da ein bisschen schwer von K.P. Und dann noch zur Wurzel des ganzen Themas und zwar, woher kommt der Hass auf die Frauen? Warum gibt's Männer, die solche asozialen Kommentare schreiben und sich so asozial verhalten und so aus der Reihe tanzen? Wieso gibt's so Typen überhaupt? Wie kann das sein, dass jemand so viel Hass in sich hat? Und natürlich ist das wahrscheinlich ein abendfüllendes Thema, was da alles mit rein spielt, aber kurz zusammengefasst, unterm Strich werden das einfach unglückliche Männer sein, die kein Bein an die Erde bekommen. Ja, und wenn du als Mann komplett unerfolgreich bist und einfach nichts auf die Kette kriegst und auch keine Frau kriegst und so weiter und im Job läuft's nicht, mit Freunden läuft's nicht und im Leben läuft's einfach nicht, dann flippst du halt irgendwann aus und musst den Schmerz, den du in dir hast, halt irgendwie nach außen tragen und das machen die Leute dann teilweise auch, weil sie halt wollen, dass die anderen auch Schmerz haben und das ist meines Erachtens durchaus schon ein männliches Problem auch, weil die Männer im Schnitt immer einsamer werden, was aber teilweise auch wieder mit den Frauen zu tun hat. Ich blende euch hier mal das berühmte Hakan-Meme ein, wo ich mich immer drüber kaputt lachen muss, weil's halt einerseits unmöglich ist, andererseits steckt eine ganze Menge Wahrheit dahinter und zwar, weil du als Mann ja immer zu hören bekommst, du sollst lieb und brav und nett und der liebe nette Versorgertyp sein und die Männer reißen sich dann den Hintern für die Frauen auf und sind dieser liebe nette Versorgertyp oder versuchen es zumindest oder spielen es auch teilweise und natürlich funktioniert das dann nicht, weil die Frauen keine Ahnung haben, worauf sie selbst stehen, größtenteils und schießen diesen Typ dann in die Freundschaftszone ab und schnappen sich Hakan vom McFit mehr oder weniger. Ja und viele raffen das nicht, dass jetzt Hakan nicht wirklich Hakan vom McFit sein muss, sondern, dass da halt eher generell ein Bad Boy mit gemeint ist oder ein Typ, der nicht ganz so lieb und nett und trottelig und harmlos ist, sondern halt eher ein maskuliner Typ, der sein Ding macht und das ist ja das Paradoxe, dass Frauen natürlich von Anbeginn der Zeit auf Maskulinität gestanden haben und immer noch stehen, ja das Säugetier kannst du nicht einfach so verändern, Biologie ist nicht reformierbar, aber gleichzeitig wird in den Medien natürlich ständig das Maskuline gebasht. Ja, ständig wird drauf rumgehakt und Toxic Masculinity hier und männliches Verhalten da und Mansplaining und Schieß mich tot und das macht die Männer natürlich irgendwann bekloppt, vor allem die unerfolgreichen Männer, die dann aber sehen, dass die heißen Ischen dauernd mit irgendeinem mehr oder weniger Hakan losziehen und durch die Weltgeschichte ziehen und ständig kriegst du aber gesagt, nein, du musst aber lieb und nett sein. Ja und viele Typen können damit einfach nicht umgehen und rasten dann irgendwann aus und dieses ständige Unerfolgreichsein, was für Männer sowieso der Horror ist und dann auch allein sein, was auch nicht immer ohne ist. Das führt halt irgendwann zu einem ganz ungünstigen Cocktail und da ist es halt relativ easy, sich einfach anonym an die Tastatur zu setzen und irgendwelche Leute zu beleidigen, um einfach diese überschüssige Energie aus dem ganzen Unglück und dem ganzen Schmerz irgendwie loszuwerden. Und soll das jetzt eine Entschuldigung sein? Nein, natürlich nicht, denn teilweise, was da für Kommentare gefallen sind, da sage ich, das ist Abschaum, das ist das unterste 3% der Menschheit, die sowas schreiben. Aber trotzdem muss man natürlich verstehen, woher das kommt und zwar nicht, weil die so erleuchtet sind, sondern weil es eben arme Würste sind. Und das soll auch von meiner Seite aus jetzt nicht heißen, dass die Frauen da selbst dran schuld sind, sondern das spielt halt so zusammen. Ja, es ist praktisch auch die Gesellschaft seit mehreren Jahrzehnten, dieses feministische Narrativ Women are wonderful and always wonderful und wer Frauen kritisiert, ist Hitler, als hätten Frauen keine negativen Eigenschaften und wären nicht die gleichen blöden Säugetiere wie wir Männer auch größtenteils, sondern nein, Frauen sind immer fantastisch und kleine Mädels sind schon kleine Prinzessinnen, natürlich, und die Jungs sollen bitte die Klappe halten und nicht so wild sein in der Schule. Women are smarter than men. If women ran the world, there'd be no wars. Being pregnant is sexy. And you talked to almost any parent who has a boy in school and being a boy is now considered like a pathology, a disorder, something he needs to recover from. Und durch diese ganze Übertreibung, durch dieses übertriebene Women are wonderful Narrativ in der Gesellschaft kommt es halt immer mehr zu einer Verschiebung und das sieht man mittlerweile auch auf Tinder. Es gibt da Statistiken, welche Frauen da welche Männer liken und andersrum. Und da ist es mittlerweile so, dass selbst die Durchschnittsfrauen, ja die Vieren und Fünfen, die sehen sich teilweise als Siebenden und Achten und matchen da auch nur das oberste 20% der Männer. Das heißt, absolute Durchschnittsfrauen, die eigentlich sagen müssen, naja komm, ein Durchschnittstyp wird mir auch reichen, das wird ja ungefähr passen so. Die sagen das aber mittlerweile nicht, wie früher, dass sie gesagt haben, ja Durchschnittsfrau, suche ich mir einen Durchschnittstypen. Sondern die sagen natürlich auch, nein, Moment, Women are wonderful, für mich nur vom Allerfeinsten, für mich nur das Beste und swipen dann halt auch nur nach rechts oder links oder wie es läuft bei den Top 20% der Männer. Das heißt, die Top 20% der Männer kriegen die ganzen Frauen und die Flop 80% der Männer gucken in die Röhre und davon die untersten 3% sind dann halt die absolut armen Würste, die solche Kommentare schreiben. Und natürlich sage ich einerseits den Frauen auch, ja es ist durchaus gesund, ein paar Ansprüche zu haben. Ja, du kannst nicht einfach jetzt jeden nehmen und dich unter Wert verkaufen sozusagen, sondern ja schon ein paar Ansprüche haben, aber sich dann natürlich bitte auch den Hintern aufreißen, um vielleicht diese Ansprüche, die man hat auch teilweise annähernd selbst erfüllen zu können und nicht einfach nur Ansprüche stellen und selbst überhaupt nicht an sich arbeiten und nur einigermaßen aussehen, aber dann die absolute Horrorhexe sein und dem Mann mit Drama das Leben zur Hölle machen und so weiter. Und ich bin mal gespannt, ob da jetzt die Jammer-Kommentare kommen im Sinne von, ach jetzt will er die Männer auch noch in Schutz nehmen, die solche Kommentare schreiben und Frauen vergewaltigen. Jo, logischerweise nicht, habe ich glaube ich oft genug erwähnt im Video. Und ich sage auch nicht, dass die Frauen dran schuld sind, sondern es ist einfach so, wie es ist. Die Gesellschaft ist mittlerweile so, dass da eine deutliche Schieflage ist und die Männer fallen immer mehr hinten runter und die Frauen fallen aber teilweise mit hinten runter, weil eben dann irgendwann die harte Realität doch zuschlägt, dass man nicht immer wonderful ist und auch eigene Schwierigkeiten und Probleme und Dynamiken und negative Eigenschaften natürlich hat und dass dieses Prinzessinnen-Ding mit Männern auch einfach nicht richtig funktioniert. Und dann gibt es viele frustrierte Frauen und viele frustrierte Männer und das unterste Prozent dieser frustrierten Männer schreibt dann eben diese Kommentare. Und wenn dann zusätzlich in den Mainstream-Medien das Thema Männlichkeit und Maskulinität auch noch permanent unter Beschuss ist, wie es der Fall ist, dann sagt die Männlichkeit natürlich irgendwann auch einfach mal fuck you zurück. Ja, keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. Ja, das war mal meine Analyse und dann kommen wir zum Fazit zum Video. Also insgesamt würde ich sagen, Schulnote, schwer zu sagen, irgendwas von 3 plus wegen gut gemeint und teilweise auch recht, was für ein Scheiß geschrieben wird und reißt euch mal am Riemen, ihr Vollidioten. Aber halt in dieser Form, in dieser pauschalisierenden Form eher eine 4 minus bis 5 minus, weil es eben genau wieder in diese Männer-Bashing und Männer-Hetzekärbereien schlägt. Und das spaltet die Geschlechter noch mehr, als es sowieso schon der Fall ist. Und das kann ich als Coach für Männer und Frauen logischerweise nicht gut heißen. Achso, und dann zum Intro noch. Ja, da habe ich Joko und Klaas hier unseren beiden GEZ-Hofschranzen noch einen mitgeben wollen oder zumindest ehemaligen GEZ-Hofschranzen und meines Erachtens übernehmen sie diese Funktion teilweise weiter. Ja, wie sie da in 2014 auch schön rumlachen, wie sie halt dem armen Mädel an die Brüste greifen. Ja, das war es mal für heute. Gerne mal eure Meinung wie immer in die Kommentare hauen. Bitte alles so rational und logisch, wie es geht, begründen. Und auch den Kinderkram und die ätzenden Kommentare weglassen, so gut wie es eben geht. Und dann sehen wir uns wie immer entweder im nächsten Video oder im Next Level Forum. Bis dann, haut rein, macht's gut, ciao. Bis dann, haut rein, bis dann, haut rein, Vielen Dank.